Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Folge 11 von Digimon & Ranger 2, Raydramon, der blaue Donner. Ja, hatte ich in der vorigen Folge natürlich noch vergessen zu sagen, Tai war natürlich so ein bisschen benommen, sodass eben Matt kam und ihn einen Kinnhaken verpasste, damit er sich irgendwie wieder so ein bisschen beisammen hat. Finde ich an sich irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist nachvollziehbar, weil wenn man unter Schock steht und dann natürlich einen jemand erstmal so wachrüttelt, ja, dann wird man halt wieder wach, logisch, ne? Ja, Davis versteht das natürlich nicht und ja, er ist sich auch nicht so ganz sicher, ob er überhaupt versteht, was die beiden meinen, weil beide sagen halt, dass Streit ein Beweis für Freundschaft ist. Inwiefern das jetzt nun stimmt, ist fraglich, weil ja, sie sagen, dass es ein Beweis für Freundschaft ist, aber weiter gehen sie darauf eben nicht ein. Also sie erklären und begründen den Zuschauer, was in den meisten Fällen ja Kinder sind, nicht wieso. Ich denke mir und habe mir auch schon immer gedacht, dass damit eigentlich gemeint ist, ja, Freunde streiten sich mal, aber wenn sie dann ja eben doch sich wieder vertragen, dann sieht man halt, dass sie aneinander eben sich verstehen und mögen und dass der eine dem anderen wichtig ist. Und deswegen ist ein Streit eben schon vielleicht ein Beweis für Freundschaft. Aber gut, egal wie ich das interpretiere, erstmal meine Frage, wie versteht ihr das darunter? Findet ihr das schwachsinnig oder stimmt ihr mir zu oder habt ihr eigene Ansichten dazu? Ich persönlich finde es aber eben doof, dass es in der Serie nicht gesagt wird, weil es ja trotzdem eine Serie ist für Kinder und die könnten das wie Davis dann eventuell eben nicht verstehen. Ja, natürlich, weil es ja so passend ist, kommt dann auch wieder so, dass sich Davis mit TK streitet, weil, ja warum eigentlich? TK ist ja nun wirklich nicht der Außenseiter-Typ und eigentlich haben sich Davis und TK vorher auch noch nie wirklich gestritten. Ja, aber in dieser Folge, weil Davis halt der Anführer ist und TK nun mal Mads Bruder und in dem Punkt halt der Außenseiter kurzfristig ist, streiten sie sich, weil es einfach so sein muss. Toll. Gut finde ich natürlich, dass aber Joli, Cody und auch Kari, anders als in Digimon Adventure, wenn sich Tai und Matt gestritten haben, die anderen meistens so blöd da rumstanden oder mal höchstens gesagt haben, hört auf damit und dann war Sense. Da fand ich gut, dass die dazwischen gegen richtig gesagt haben, die sollen aufhören und sie auch auseinandergebracht haben. Also das fand ich hier sehr gut und hat mir gefallen. Tai und Matt dagegen, ach sollen sie doch machen und naja. Jedenfalls haben sie dann eben ein Digi Amoei in der Nähe gehabt und sind dann da auch hingegangen und das war natürlich, ja, der Amoei der Freundschaft. Matt hat natürlich ermutet, dass er derjenige sein könnte, dem es gehört, so wie eben bei TK und Kari, was durchaus auch hätte sein können, außer man hat natürlich auf das Opening schon geachtet und Raydramon gesehen, dann ist das natürlich anders, ne? Aber ja, letzten Endes verstehe ich ja irgendwie, warum es Matt versucht hat. Weil sein Wappen, okay. Weil ich verstehe ja auch vielleicht noch Digi und Kari und ich finde natürlich auch Davis, Joli und Cody, aber eine Frage. Warum um alles in der Welt hat es Tai versucht? Das ist doch schwachsinnig. Wir wissen, dass Tai das Wappen des Mutes hatte, also sein Amoei ging schon an Davis, dann ist doch logisch, dass ihm nicht das Amoei der Freundschaft eventuell gehören könnte. Also das ist schon irgendwie albern. DK und Kari finde ich teils auch albern, Joli und Cody machte Sinn und Davis auch. Der wollte aber nicht und ja, interessanterweise hat es tatsächlich auch nicht funktioniert. Ähm, ist wahrscheinlich auch eher Plot-mäßig, aber man muss natürlich sagen, ich finde es okay, dass es nicht funktioniert hat, weil man sich doch dachte, ach naja, ist doch sowieso seins und dann, oh, wie, geht nicht? Hm. Ja, dann tauchte Digimon-Kaiser auf, Flymon hat dann natürlich eben, ja, so mit seinen Flügeln geschlagen, so ganz schnell, sodass die Kinder sich die Ohren zuhalten mussten. Es griff dann mit Giftstachel an und hat Patamon verletzt. Ja, ähm, natürlich, wie so oft bei Adventure 2 ging es wieder, Digi-Armor-Eier-Strahle und wir digitieren alle und natürlich nicht gleichzeitig, wie man das später mal bei Tamers oder Frontier gemacht hat. Nein, alle schöne Reihe nach, um eben auf eine Sendezeit von 23 Minuten zu kommen. Im Japanischen bei uns natürlich kürzer, weil wir ja kein Ending haben und auch keine Titel-Einblendung und kein Eckhatsch, ne? Ja, dann greifen sie natürlich an und kämpfen, was irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil vorher, als Metallgrämon das erste Mal auftauchte, da hieß es ja noch, sie sollen da eben aufpassen und so weiter und sollen sich in Acht nehmen, weil es ist ja ziemlich stark und jetzt, ach naja, wir digitieren und kämpfen. Klar, sicher, sie wollen ihn ja nicht angreifen, sie wollen ja die Teufelsspirale kaputt machen, was ich eh nicht verstehe, warum das nicht geklappt hat, wobei am Anfang hat es natürlich auch nicht geklappt, weil sie nicht getroffen haben. Gut, okay, Metallgrämon ist groß, der Arm ist groß, die Teufelsspirale ist dementsprechend auch groß. Interessant, dass sie sich mit der Digitation übrigens angepasst hat, aber ja, okay, gut, okay, Metallgrämon hat aber sein Metallarm, also es ist schon noch logisch, dass sie nicht unbedingt getroffen haben. Ja, dann passierte in der Folge natürlich so im Nachhinein, dass erstmal Patamon von Flymon, ja, entführt wurde und dass der Digimon-Kaiser ihm halt die Teufelsspirale geben wollte, aber genau in dem Moment kam Garurumon. Wieso und weshalb Ken natürlich, beziehungsweise der Digimon-Kaiser so ewig lange und drei Tage braucht, um seinen Arm, diese paar Meter zu Patamon zu bewegen, um die Spannung für Kinder zu erhöhen, damit Garurumon ihn rettet, bleibt natürlich ein Geheimnis. Der Plot wollte es so. Ja, und Garurumon kann dann irgendwie reden, ohne den Mund zu bewegen und Patamon in seinem Mund drin zu haben, was auch wieder ziemlich faule Animation ist, weil eigentlich hat Garurumon immer den Mund bewegt, wenn er geredet hat, aber na gut. Naja, und es ist dann so, dass Garurumon eben da ist, weil Tentumon ihm das erzählt hatte, was passiert ist, aber er wundert sich komischerweise, dass Metallgrämon bzw. Argumon ihn nicht erkennt. Naja, so viel kann Tentumon nicht erzählt haben. Ja, und dann versucht er natürlich zusammen mit Matt, weil Matt ja auf ihm reitet und so, eben die Teufelsspirale zu vernichten und greift die auch an und beißt sich auch dran fest, was komischerweise gar nichts bringt. Ja, Davis wiederum möchte jetzt aber einfach nicht kämpfen und er versteht auch, dass Tai und Argumon oder auch TK und Patamon sehr eng miteinander verbunden sind und ihm diese Verbundenheit zu seinem Partner wohl noch ein bisschen fehlt und dadurch, dass er sich nicht traut zu kämpfen und so alles digitiert, Flamedramon zurück. An und für sich finde ich, ist das eine richtig gute Idee gewesen. Davis hat halt seinen Mut verloren und deswegen verliert eben das Amorei des Mutes, dementsprechend Flamedramon wieder seine Kraft und digitiert zurück. Das Problem ist, wie so mit einigen anderen Ideen, was wir immer mal in Digimon haben, was bringt uns so eine tolle Idee, wenn sie nur einmal vorkommt, ohne Erklärung und danach nie wieder? Ja, eigentlich gar nichts, ne? Wie heißt das so schön? Einmal ist keinmal. Ja, ähm, Wemon ist dann Wemon und ja, dann sagen die anderen, dass Davis sich jetzt zusammenreißen soll und dass sie ihn brauchen und so und ja, auf einmal denkt Davis dann so ein bisschen nach, ach, die zählen immer noch auf mich und so weiter und ich sage mal so, an und für sich finde ich das auch irgendwie okay, dass Davis so ein bisschen in sich geht und dass er auch nicht kämpfen wollte. Aber irgendwie wirkt es doch ein bisschen zu plötzlich. Klar, Ende der vorigen Folge wollte Tai das auch nicht und daraufhin hat Davis gesagt, wenn Tai das nicht möchte, dann lassen wir das auch. Also dementsprechend ist er jetzt auch nicht so begeistert gewesen. Auf der anderen Seite möchte Tai doch jetzt aber auch, dass sie kämpfen. Deswegen sagt ja Matt selber auch, er denkt, dass Agumon lieber sterben würde, als in der Gewalt des Digimon-Kaisers zu sein. Und auf einmal ist Davis so dagegen. Also ich finde es zwar gut, aber nicht ganz so nachvollziehbar. Das hätte man vielleicht noch besser rüberbringen sollen. Ich finde aber gut, dass er dann ein bisschen in sich geht, dass er sich dann auch wirklich schämt und daraufhin das Amorei der Freundschaft halt erstrahlt und leuchtet und dass es dann zu ihm kommt und ja, dass es dann auch benutzt, ist auch okay. Die Digitation finde ich in Ordnung, allerdings finde ich die Blitze ein bisschen viel und ich finde es auch immer schade, dass der Blitzeinschlag nicht das Horn von Raid Ramon gebildet hat. Ja, sondern dass es irgendwie nur von dem Horn so abgeleitet war. Das sah ein bisschen komisch aus und ich verstehe auch nicht, warum es Raid Ramon Sturm der Freundschaft heißt, weil, naja, die anderen Sachen machen irgendwie mehr Sinn, aber Sturm der Freundschaft? Naja, Strom wäre irgendwie besser gewesen alleine, weil er ja auch Elektrizität hat. Ja, und jetzt eine der größeren Fragen, Raid Ramon. Selbst wenn ich den japanischen Namen Laid Ramon nehme, habe ich da doch ein Dra drinnen, was ja für Dragon, Drachen steht. Kann mir mal einer verraten, warum das dann bei RTL 2 bitte ein Tier-Digimon sein soll? Ich meine, es gibt ja schließlich auch Drachen auf Vierbein, ne? Also das ist ein bisschen seltsam, macht ehrlich gesagt nicht wirklich Sinn. Raid Ramon selber, naja, ich fand es damals als Kind furchtbar cool. Heutzutage finde ich es eher okay, ich mag auch so das Gesicht nicht so, da fehlt mir irgendwie eine Nase oder so. Es ist aber irgendwie immer noch in Ordnung. Meine Frage an euch, wie findet ihr Raid Ramon? Ist es einer eurer Favoriten? Findet ihr es okay oder mögt ihr es eher gar nicht? Und gleich nochmal vorab, findet ihr Flamed Ramon cooler oder Raid Ramon? Ich persönlich bevorzuge Flamed Ramon. Naja, Raid Ramon ist da, Dave ist natürlich ein bisschen baff, die anderen sagen, er soll mit ihm zusammen kämpfen. Das versteht er im ersten Moment nicht so ganz, aber dann denkt er, okay, warum nicht? Und tut es dann eben auch, ich verstehe ihn nur in dem Punkt trotzdem nicht. Ja, Raid Ramon setzt dann eben seine Attacken ein, die erste bringt nichts, die zweite bringt dann was und ja, auf einmal ist die Teufelsspirale zerstört und alles ist gut. Das verstehe ich irgendwie in dem Punkt nicht so ganz. Wäre es so gewesen, dass man sagt, naja, gut, Raid Ramon ist mit dem Amorei der Freundschaft digitiert und wäre es so, dass man am Anfang das vielleicht noch nicht so, aber hinterher gesagt hätte, ja, wenn du mutig bist, ist Flamed Ramon stark. Hast du keinen Mut, digitiert er ja zurück, wie er in der Folge und wenn du eben mit deinen Freunden zusammenarbeitest, ist auch Raid Ramon stark wegen dem Amorei der Freundschaft. Insgesamt eine gute Logik, die dahinter steckt. Dummes, es ist plotmäßig, es wurde in dieser Folge nur benutzt, danach nie wieder. Weil wäre es wirklich so, dass die Freundschaft Raid Ramon verstärkt, wäre es ja auch logisch, dass er eben die Teufelsspirale zerstören konnte. Aber da das danach nie wieder aufgegriffen wurde, ist es nur für die Folge und macht es irgendwie blöd. Da finde ich, also es ruiniert diesen Moment und diese Idee, die eventuell dahinter steckte. Weil im Prinzip finde ich, Garurumon hätte sich auch festbeißen können und dann das gewaltige Feuer einsetzen und sie auch zerstören können. So rein theoretisch. Naja, am Ende der Folge ist es halt, dass sie Davis dann so ein bisschen loben, aber gleichzeitig sagen, dass er immer noch wie ein kleines Kind ist und damit war es das. Alle für sich, eine nette Folge mit Davis, wenn sie auch definitiv hätte besser sein können. Raid Ramon ist natürlich auch so dieser Punkt, der okay ist und man merkt es halt wieder. Adventure 2. Da ist eine Folge, die ist eigentlich ganz gut und auch interessant, aber man merkt im Nachhinein, wenn man sie sich genau anguckt und auch genauer betrachtet, dass sie doch hätte besser sein können und das macht die Folge dann leider nur wieder so lala. Ich weiß, leider kann ich nicht so viel Gutes zu den Adventure 2 Folgen sagen, gerade am Anfang, weil der Anfang sich auch wirklich enorm zieht mit dem Digimon Kaiser und es ist ja nicht so, dass ich jede Folge schlecht finde oder so. Ich finde sie nur einfach immer nur okay und denke mir im Nachhinein, das hätte besser sein können. Ja, kann man nicht ändern, das ist eben einfach eine Sache, die Adventure 2 leider einfach hat, weil, ja, Zeitdruck und weil dasselbe Team, was an Adventure gearbeitet hat, auch an Adventure 2 gearbeitet hat und während Adventure sogar erst in der Endphase war, hat man schon mit Adventure 2 begonnen und, ja, man merkt halt heutzutage ziemlich deutlich, früher vielleicht nicht so, dass das nicht die beste Entscheidung gewesen ist von Bandai, Toy Animation und wer da alles hinter steckt, weil, ja, es ist eben so, dass Adventure 2 darunter schon gelitten hat. Nun ja, wie seht ihr das? Findet ihr die Folge trotzdem richtig cool oder sagt ihr eher, ja, war schon eine gute Folge, aber doch das ein oder andere hätte besser sein können? Schreibt es mir in die Kommentare.